Willkommen zum SoliArtBazaar, der Crowdfunding-Kampagne für lokale, regionale KünstlerInnen und Kulturschaffende. Parallel zur Kampagne auf hannovermachen.de, die vom 30. November bis zum 21.12. läuft, haben wir in der Kröpkenuhr, jetzt noch nicht, aber dann eine Ausstellung mit diesen Objekten, sodass man die Kunst aus Hannover und Umgebung sowohl online in diesem virtuellen Bazaar sehen kann, als auch in der Kröpkenuhr. Es ist eine Spendenkampagne für lokale KünstlerInnen und Kulturschaffende, also bitte sucht euch euer Lieblingsteil aus, Kunstwerk, Medienprodukt oder Designobjekt und bestellt es sozusagen, indem ihr eine Spende mit einem, mit eurem Lieblings-Dankeschön verbindet, dann gehen diese Gelder zu 100% an die KünstlerInnen und Kulturschaffende. Ja, also viel Spaß, das ist vielleicht der einzige Weihnachtsmarkt, die einzige Galerie, die ihr dieses Jahr noch besuchen könnt und unterstützt bitte die regionale Kulturszene. Vielen Dank.